Moin ihr Baggerluten und herzlich Willkommen zurück zu Luther Kings mit Paul Lerun Kroh und der Typ dahinten. Hallo, hallo, hallo. Warum seid ihr so weit weg? Hallo, ihr seid einfach zwischen der Aufnahme zusammengekommen, oder? Ihr Schweinebacken und mich nimmt wieder keiner mit. Deswegen haltet ihr euch erst mal mein Gerät ins Gesicht. Der Gerät. Der Gerät schläft nie. Der Gerät wobbelt in der Moll. Sehr gut, können wir weiter? Ich habe Angst vor Kino und seinen Pilzen. Das ist vollkommen in Ordnung für mich. Da kann ich mit um. Oh, oh, oh. Hier würde das in die nächste Etage direkt weitergehen, aber ich würde mal sagen, wir haben ja alle ein bisschen Loot, glaube ich, oder? Nee. Oder warte, ist das hier schon der Shop? Ach geil, das ist der Shop. Das ist der Shop. Jetzt kann sich übrigens hier jeder auch noch mal mit Pilzen aufstocken, also dass er noch drei mitnimmt zum Abschmeißen. Ähm, ich, ich, ich müssen wieder erstmal voll heilen, ne? Genau, erst heil ich gerade mal. Oh. Kaufe ich. So, hat jemand noch ein bisschen Loot übrig für mich? Was keucht denn? Ich habe mir so eine Armbrust gekauft. Wie viele Loot hast denn du schon wieder? Ich hatte vielleicht fast 200. Ey, echt? Ja, weil der mich komplett ausgeraubt hat. Ich habe überhaupt nicht, ich habe elf. Ich hoffe, du hast dein schlechtes Gewissen. Dazu müsste ich erstmal ein Gewissen haben. Ey, den Spruch musst du dir jetzt geben, ja? Die Gruppe ist nur so stark wie das schwächste Glied, ja? Also wenn ich jetzt hier überhaupt nichts habe. Jetzt fängst du wieder an mit deinem Pimmelchen. Ich kann euch auch, ich kann euch da auch liegen lassen und hol euch das später. So, dafür habe ich den neuen Masterhelm. Ach, ja, das sind halt die Sachen, die man so freischalten kann. Ach, jetzt habe ich es erst kapiert. Ich hätte hier durch die verschiedenen Rubriken noch durchschalten können, Schrägstrich müssen. Ach, guck mal doch, ihr könnt Pilze verschlingen. Das sehe ich gerade, wenn ihr C-Gedrück haltet, dann seht ihr quasi diese Karte, die man kriegen kann. Am Ende einer Runde. Und bislang ist Crow ganz schön weit vorne mit 14 Punkten. Ich habe noch gar nichts gefuttert. Ich habe auch schon einiges, aber... Was habe ich gemacht? Warst du Pilze gefressen? Ja. Achso, ja, gut. Oder? Aber zum Fressen muss ja ein bisschen Health fehlen, sonst hept er dir einfach auf. Ja, das kann natürlich angehen. Also, wir spielen einfach zu gut. Ja. Das gefällt mir nicht. Crow, komm, äh, Crow sag ich schon. Jack, komm rein hier. Ich wusste es. Ey, jetzt habt ihr alle eine Armebrust. Bin ich jetzt der einzige Nahkämpfer, oder was? Ja. Das kann ja was werden. Oh je. Ob das so gut war? Ach, jetzt war das schon. Ah, okay. Diese schnieke Karte geht an Crowfly Gaming, da eindeutig der allerbeste mit Sternchen ist. Herzlichen Glückwunsch. Uh. Was hast du jetzt dafür gewonnen? Ja, diese Karte. Das heißt, beim nächsten Run kann er die sozusagen vorher ausrüsten und dann startet er immer schon mal mit 50 mehr Leben. Ah, cool. Also, er ist jetzt unser Tank. Ja, ich hab nichts. Armbrust-Tank. Armbrust-Tank, ja. Ein Brüstchen-Tank. Sehr gut. Du kriegst mein Holzschwert. Eizerms traden kann man nicht, oder? Ne. Hm. Im Stack machen alle Waffen und Götterfähigkeiten mehr Schaden. Warte auf andere Spiele. Waffen haben mit ihrem Special die Möglichkeit, den Schild der Gegner zu zerstören. Das hab ich doch schon vom Kynop gelernt. Während der Ladebildschirme werden tolle Infos und Tipps angezeigt. Naja, der andere Spieler bin wieder immer ich. Ah, immer diese andere Spieler. Sorry. Ihr könnt ja auch gar nichts machen jetzt, oder was? Ne. Ne. Ah, ist doch rein. Das ist das. Gucken wir grad dieses Kirchenfenster da hinten an und frage mich, ob es gewisse, wenn man jetzt so die unteren Hälfte abdeckt, dann ist es ein gewisses Phallus-Symbol. So schön. Oder ihr habt ein anderes Bild als ich. Machen wir doch gleich mal Werbung. Guckt auf meinen Schildern, da seht ihr ein Phallus-Symbol. Ja, 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 ich seh's auch, ja. Ach so, ja, das haben wir in der ersten Folge gar nicht gesagt. Falls ihr, liebe Zuschauer, das gar nicht wisst, ich denke mal, ihr könnt euch das denken. Hätten wir gedacht, dass ihr euch das denken könnt, würden wir gar nicht denken, dass wir das ansprechen würden. Allerdings hab ich mir gedacht, dass ich mal sage, dass wir alle vier diese tolle Reihe hier jetzt aufnehmen und jeder von euch auf jedem Kanal einfach mal gucken kann. So auch, um die anderen Sichtweisen mal zu sehen. Genau. Ja, genau. Das würde ich auch sagen. Links und alles ist quasi, also bei mir ist das hier unten in der Videobeschreibung zu den anderen Kanälen. Also geht da einfach mal hin und guckt. Lass gleich mal einen Gruß da in den Kommentaren, dann ist das ganz schön. Ja. Und was wollen wir denn sonst machen? Oh, oh, oh. Ich hab die Karte, oh, oh. Plus zwei Prozent Rüstung. Erhalte mehr Schaden. So, warum hab ich jetzt warte auf andere Spieler eigentlich? Erhalte mehr Schaden. Oh, man kann die mit der Maus sogar bewegen, die Karte. Oh, das hab ich verpasst. Oh, oh Gott. Bei mir ist alles schwarz. Okay. So viel schwarz. Ich seh auch schwarz. So viel schwarz. Das ist ein schönes Schwarz, gell? Also so ein Schwarz-Schwarz. Nee, bei mir nicht. Auf meinem Monitor ist es schwarz nicht schwarz. Weiter geht's. Jo, mach das schon mal. Ja. Ich komm dann irgendwann. Ach so, das war dann jetzt vielleicht ein bisschen unfair, weil wir gleich mal das Looten angekommen haben. Ach so, ja, ja, schon klar. Das ist Instinkt. Das ist halt Instinkt. Ich spiele jetzt immer noch mit meinem Plastisch-Schwert hier rumlaufen. Das ist okay. Sie wird zum Punisher dann. Der Kino ist wahrscheinlich einfach so nett, dass er mal Pimp macht, wenn er bei dir steht und dir damit ein bisschen was von seiner Kohle gibt. Oh, ich hab jetzt eine neue Götterfähigkeit. Ich glaub, ich bin, ich glaub, ich heile mich und bin unverwundbar. Mit dem Ding. Ja, ich glaub ich auch, ja. Boah, haben wir die jetzt alle? Weiß ich nicht. Ja, du auch. Ja. Die hatte ich vorhin auch schon. Liegt wahrscheinlich an der Waffel. Oder, ach so. Ja, das macht Sinn. Nee, nicht runter. Okay, man kann da runterfallen. Hallo. Ja, und da sind... Nee, da sind auch keine Stollen. Und jetzt? Ich bin ein Engel. Ach so, da ist er. So, ich bin auch schon da. Ach so, können wir dann mal los? So, und wer gibt mir jetzt meinen Loot, der mir jetzt rechtmäßig eigentlich zustehen würde? Jack hat das gerade gesagt, dass er das wollte. Ach. Nachdem ich ja schon hier... Ich hab doch nicht mal einen Helm auf. Ey, du musst... Stimmt, Jack hat nämlich voll schon den Helm. Das ist so ein bisschen... Weg, find ich. Den Überhelm. Sag der mit der dicken Armbrust. Ja, ich wollte gerade sagen, ja. Und... Oh, Spektur, bin ich ganz alleine. Wie wär's, wenn du mithilfst? Sind hier Gegner? Ach so, sag das doch mal einer. Nein, die sind nur zum Spaß. Sieht nur so aus. Hab ich nicht gesehen. Das ist ein reines Sammelspiel. Ach so, das bist ja du. Das ist richtig, das ist... Das ist wie... Krieg und Frieden ohne Krieg. Nur mit ganz viel Liebe und Frieden. Au, du Arsch! So viel zum Thema Liebe und Frieden. Oh Gott, wie kommen wir denn da hoch? Ach so, da unten könnte man auch nochmal Loot einsammeln erst. Oh ja. Müssen wir zu zweit vielleicht? Steigt mal einer auf mich drauf, ob ihr dann dahin kommt? Ja, werf mich mal ab. Wie kann man was werfen? Yay, dankeschön. Boah, wir sind so gut. Ähm, das war jetzt eine Idee. Da unten fliegt was, das könnt ihr haben. Prügelt euch drum. Oh, das war ein, ein Gold. Ey, Mann, ey. Ich weiß nicht, dass der Andi so ein Abzocker ist. Das ist nirgendwo. Also das ist gar nicht nett, dass du das so sagst. Ah, nö, nö, nö. Ah, der erwischt mich auch noch. Also wenn du mal einen richtigen Abzocker gehen, sehen wollt, dann geht er zu Andi auf dem Channel, schreibt ihm einfach mal so einen Hate-Kommentar an, dann könntest du. Ja, genau. Das ist nicht so nett. Ein paar Downloads, ein paar Hate-Kommentare. Einfach so, aus Prinzip. Einfach mal abhaten. So. Warum? Weil ihr es könnt. Und womit? Mit Recht. Ah. Kürerin-LP. Was machst du denn? Oh, was machst du denn? Was machst du denn? Das sind die blöden Geister hier. Oh, die Geister, die können böse sein. Das weiß ich. Also die ersten habe ich sein Schild schon gebraked. Schild braked. Ach du Scheiße. Oh, diese Käfer sind auch so fies. Da muss man glaube ich einfach nur springen, wenn die irgendwie ausholen. Wow. Einfach nur springen sei ich. Alter, Finne. Ich liege, ich liege, ich liege, ich liege. Ja, ja, ja. Okay, okay, okay. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich bin schon mehr dran. Laura. Warte. Danke schön. Alter, sind die übel. Der Rush von denen ist ja echt fies. Wow. Von den Käfern, ne? Nee, von den Geistern. Ja. Da musst du gut draufpassen. Ja, du musst, im Moment, wo die dich kriegen, richtig. Kriegen sie dich. Dann liegen sie dich. Bist du tot. Oh. Oh, ich bin fast Junge. Die Käfer müsst ihr eigentlich, die könnt ihr gut von einer erhöhten Position wegmachen. Ja, das stimmt, aber die... Das sagst du so einfach. Ah. Die Geister sind nicht. Das ist kaputt. Oh, okay, Paul. Oh, es liegen schon mal wieder zwei. Ich glaube, es wird nix mehr. Kro und Jack. Jack? Ja, ja, ich komm schon. Ich bin fast down. Dann renn erst mal. Ah, nee, ich hab zu viel hinter mir. Renn, renn, renn. Der Crow hat auch viel um sich rum. Scheiße. Oh, oh, okay, nee. Wer liegt? Ja, ich konnte nicht mehr sprinten. Ah, ich hab... Was... Ich hatte mal Loot, ey. Einmal mal eben. Soll ich mich hinlegen? Ich weiß nicht, Crow, was du machen sollst. Ich hab nicht mehr viel Leben, ne? Nee, du wirst du nicht. Wir alle nicht. Komm, du machst das. Ja, ist vorbei. Ach, scheiße. Oh, man. Ach so. Meine Frage hat sich leider erledigt. Ich war mir grad nicht sicher, was man da noch für Special Skills hat, aber es sind die drei Sachen. Oh, wir sind so doof. Wir hätten rumlaufen können. Wenn wir liegen, können wir Pilze futtern und aufstehen. Aber es war ja keiner mehr da. Nee, es waren kaum noch da. Ich hab auch geguckt. Ob ich, bevor ich euch heilen kann, nochmal... Ich hatte fast 300 Loot. Es ist nicht dein Ernst, oder? Hi, hi, hi. Jetzt gucken wir mal. Okay, aber der hat auch viel getötet. Ja, ja. Thorsten Schmiedl. Das klingt fast wie Schmiedl, äh... Der war wohl der Lead Programmer von der Taste Null. Ja. So, warte mal. Train Crawler. Ach so, wer wie... Ich stoff. Alter, wie viel Schaden hast du ausgezahlt? Ein bisschen. Also, guck mal, man kann nicht sagen, dass ich hier nicht mitgearbeitet habe. Du hast doch die fette Armwurst, ey. Ja, okay, ja. Schon. Muss man auch dazu sagen, ja. Schaden erhalten, aber... Crow hat am meisten ins Gesicht bekommen. Ade. Was hat sich am meisten... Ich hab mal wiederbelebt, hey. ...ins Gesicht bekommen, also am meisten Schaden. Otten hier, ja, toll. Tod durch Umgebung. Aber ich muss das Spiel auch ausfesten, finde ich. Auf jeden Fall. Eating Contest. Crowfly auf jeden Fall am verfressensten. Und der Kylob hat das mit den Pilzen noch nicht verstanden. Nee. Brauchte ich halt nicht. Pilze getroffen, hä? Ja, mit mittlerer Maustaste schmeißt du ja Pilze. Ach so. Und dann hat man das mit dem ganze Loot geklaut hat. Da 341... Hä, guck mal, ich hab mit der meiste... Ja, aber am wenigsten eingesammelt. Loot gestohlen, ja. Ja, ne? Mal gar nichts ausgegeben. Sehr gut. Unbezahlte Statisten. Geil. Ich hab verschenkt. Ich hab sogar Loot verschenkt. Trotz meiner Armut hab ich Loot verschenkt, ey. Ganz ehrlich. Hab ich auch am Anfang, ja. Unbezahlte Statistiken. Statisten. Ach, Statisten. Ich lese auch nur, was ich will. Ja, schön. Das war die erste Runde. Ja. Fortsetzung folgt. Also, das war gut. Ich würde sagen, machen wir hier mal. Ja, würde sich anbieten, oder? Ja, würde sich super anbieten, ja. Dann sehen wir uns gleich wieder auf der anderen Seite in der nächsten Folge. Dann können wir ja auch noch. Richtig. Bis dahin. Tschüss und ciao. See you. Winke winke. Ciao und tschüss. Ciao und tschüss.